Die Richtung ist klar. Für die Baskets Heidelberg soll es wieder nach oben gehen. Mit Geschlossenheit, viel Spielfreude und positiver Stimmung sind die Basketballerinnen in die Saisonvorbereitung gestartet. Und in dieser haben Trainer Sebastian Nörber und sein Co. Moritz Nägele schweißtreibende Einheiten geplant. Es wird ein sehr, sehr straffes Programm. Die Mädels haben Minimum viermal die Woche das Training. Ab nächster Woche eigentlich jedes Wochenende ein Vorbereitungsturnier. Das heißt, es wird ein sehr, sehr strammes Programm. Einzelne Elemente kennen die Mädels alle schon. Sie werden von Moritz super, super fit gemacht. Von daher, glaube ich, werden wir dann nach sechs Wochen richtig, richtig fit und gut in die Saison starten können. Für Nörber selbst ist es die erste Vorbereitung als Trainer der ersten Mannschaft. Der 37-Jährige hat das Team in der Winterpause übernommen und war zuvor Trainer der zweiten Mannschaft der Baskets. Dadurch kennt er viele Spielerinnen sehr gut, was auch die Mannschaft schätzt. Also ich kenne Sebastian jetzt doch schon relativ lange, weil er auch die letzten zwei Saisons mein Trainer war mit der zweiten Liga. Und ich da dementsprechend auch schon zwei Vorbereitungen mit ihm mitgemacht habe. Und was ich von ihm kenne, er ist extrem engagiert, extrem gut vorbereitet immer und legt da wirklich sehr viel Herz rein. Und das Gleiche hat er dieses Jahr auch gemacht. Und ich würde sogar behaupten, noch ein bisschen mehr. Also man merkt, er hat wirklich richtig Bock. Die Baskets gehen mit einem runderneuerten und jungen Kader in die neue Saison. Alle Spielerinnen kommen aus der Region, es gibt keine Profis im Team und es wird vermehrt auf Akteurinnen aus der zweiten Mannschaft gesetzt. Deshalb ist die Rückkehr in die erste Liga auch nicht Pflicht. Direkter Wiederaufstieg, da werden wir einfach schauen müssen, ob wir auch strukturell soweit wären. Ziel ist jetzt erstmal mit einer sehr regionalen Mannschaft hier, komplett ohne Profis, uns so gut wie möglich aufzustellen, das Teamplay zu integrieren. So weit wie es geht vorne in den Playoffs anzugreifen und dann innerhalb der Playoffs schauen, wie weit es uns trägt. Damit es richtig weit geht, soll Nägele als neue Kapitänin vorangehen. Die 25-Jährige ist der Kopf der Mannschaft und wird unter anderem für ihre Übersicht auf dem Feld geschätzt. Als Kapitänin ausgewählt zu werden dieses Jahr bedeutet mir sehr viel, weil sowohl meine Mitspielerinnen als auch die Trainer das Vertrauen in mich haben. Und vor allem jetzt nach dem doch relativ großen Umbruch von erster Liga in zweite Liga mit neuen Spielerinnen, alten, bekannten Spielerinnen, da jetzt ein neues Team zu schaffen. Da weiß ich das auf jeden Fall sehr zu schätzen und hoffe, dass es auch sehr erfolgreich wird. Und damit es am Ende dann auch viel Applaus für eine erfolgreiche Saison gibt, werden die Baskets in den nächsten Einheiten noch ordentlich schwitzen müssen.